die 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 dann ist es doch es gibt ja keine begrüßung er hat mal tötet um jetzt Reiner Wingler trote Töte bei der mann ich muss mal gucken auf welche reiner faller auf wen kiech die Taschenlampe gelegt habe mir ist ein das Falle verbundelt ich glaube bei mir ist das Standard bei mir ist das nicht aber er ist als die 8 pages Flashlight das ist auf jeden Fall so eine Map hier die OCD wie Slender Reloaded Firepower Fire du musst gleich noch furziehen dann ist das perfektes wie loaded genau so müssen ja die 8 pages finden so ich mach mal einen rollladen runter damit ich mehr seh Remco Fire muss jetzt in den Part furzen damit es so reloaded ist Moin Loader, mach ein bisschen Map Fire furzt jetzt los 3, 2, 1 Das Kombo, hier ist es auf jeden Fall OP für den Fire ist gestorben Ja, geworden das ist eigentlich OP für Tees und Fire verliert direkt Ist der Fire? Ich schau mal, Schu Hat der Fire gemacht? Keine Ahnung Hat sich selbst umgebracht Er dachte sich nur Molen, Leute Fire? Fire bist du afk oder was? Er ist tot Mami's missing Map Wie machst du nix, Fire? Wir nehmen schon auf, ich spiele schon seriös ne? Juck die nicht Feier? Feier das mal random Nein! Echt? Entschuldigung? Er ist nicht schon wieder tot oder wird Fallschaden bekommen Ich? Feier mich von mich ein Basta meine was? Da muss man mit so nem Steg laufen und ich bin halt rückwärts gelaufen Hä meine Flashlight funzt ihr schon wieder nicht? Wartet mal Feier wo willst du hin? Habis missing map Aber hier bewegt sich nicht Abballern Und die Verfolge Wo ist ein Flashlight überhaupt? Feier was war los in der letzten Runde? Ja ich bin runtergeflogen irgendwo ich hab nix Wo ist denn die Kacke gewesen jetzt? Nicht behindert? Ohne ist die Schotgang Flashlight Da weg die mir eigentlich sowieso unflüssig Da wenn ein Gammel dann halt Flashlight-Ram guck das liegt nur an dir Man bis sowieso? Keine Ahnung Ist irgendwie nicht flüssig Bei mir ist die komplett flüssig Ich hab 200 FPS Remco Ja und ich sehe es sich Obwohl Aufnahme Remco Und ich habe 300 alles Discombo Ja Remco Tee Remco Remco Tee Der hatte noch eine Taschenlampe während der eine Discombo geschmissen hat Tee Warte mal Hey Remco Remco Was soll das? Nicht Remco ist es nicht Das war ich nicht Ich hab auch Schaden bekommen Ich schließe mal kurz Feier war es Ich schließe kurz Internet Feier du warst das Ja genau mitten im Part machst du Internet zu Löscht doch nicht das Internet Remco Na ich meine Chrome Wollt keine Schleichwerbung für den Browser meiner Wahl machen Hey Feier hast du die Incendary geschmissen Ja Also ich hab grad nicht Chrome geschlossen oder den Browser meiner Wahl Ja guck mal Feier ist Der ist im Tee Tee Room Ah Feier ist Tee Feier will mich umbringen Feier will mich umbringen Joke hat geschossen Genau Du schießt mit der Shotgun Komm spring runter Seid Dankmann gibt es ne Pumpgun Mann Mann lieber Sandmann Ha Feier ist so n Depp Hahaha Feier ist so n Depp wo er killt mein Joke Game Rout Genau du bist da runter gefallen du Spasti Ja ok warte ich mach Screen Genau So hab ich hab Screen gemacht so kannst du sehen was ich kann ich nicht F Icon Alcon hast du der Faker gemacht? Ja, weil die Map ist so düster, das ist eigentlich voll gut, der Faker You were killed by JunkbarGamer, okay, he was innocent Du hast ganzheitlich geredet zu Ja, ich hab mich so extra gemutet, weil ich ernst bin Du Basta, du hast nicht gesprochen Ich dachte mir sowieso entweder war Stennis oder Icon noch Eigentlich, wenn man ein Sniper Schuss hört, denkt man eh direkt über Alcon Vielleicht weiß, vielleicht auch nicht Wenn man ein Sniper Schuss hört, egal wer der Sniper hat, Alcon Also wie soll man hier überhaupt snipen, das funktioniert doch gar nicht Das funktioniert hier überhaupt nicht Ja Dennis, willst du hier gegen die Laterne Sterne? Was bringt denn das? Da nehme ich eben nichts an Wo ist die Laterne, Dennis? Hier wieder in die Waffenkammer Ja Jokers denn Haha, repl結'unterlehn trappte Läden Muss ich dich Muten Hello Guys, welcome in meine Ukraine Hier läuft nur Kacke Und ja, viel Spaß Ich bin Spend der Dreckige Dan aus SpongeBob-Schrammkopf kommt kein leider sind akkos was sagt ihr alle zu spawnen dreckiger denn und spitzkopf larry und kunden sind die befeierst du richtig adm ich bin der dreckige denn wer spitzkopf larry wer spitzkopf larry ist spitzkopf larry meine mann renko macht jetzt mal endlich was ist echt so ich glaube er findet wetten der st und weiß nicht wo man landen ich glaube ich glaube wirklich tut er ist übel still vielleicht wurde der einfach oder er nicht vergraben oder er ist auch der jahre werden dass wir jetzt gleich in dem kukulat und er zu der fäkern ist ein märk ich sage auch mal eigentlich ganze zeit als ich glaub doch hast es nicht der hätte mich schon längst abgeknallt weil wir waren immer nur zu zwei smoke okay jemand hat zu sich kann also also so kann man eigentlich schon mal vertrauen eigentlich der ganze zeit jetzt muss ich nicht umgekehrt wird und der ganze zeit bei mir und hat mich nicht getötet und ich habe noch nicht getötet wird ist eine hinterländische der klinik den hinterländen oder vielleicht wartet er auch im richtigen Moment drückte in den Koppel oder es wäre schlüsse ich hätte ich hier schon tausend richtige Momente gehabt also bitte Alcon ihr findet mich nie ich glaube sogar wirklich der Rest ich bin gestorben das am Anfang schon ich bin gestorben wir sind gestorben und ich bin runtergesprungen Holz komm weiter ich bin herzlich runtergesprungen aber Dennis hast du ihn nicht mitbekommen du stand von neben mir ja doch natürlich das Ding hab ich doch gesagt du bist tot du bist da oben komm schnell Jocker komm du musst erst mal Dennis in den Tee Tester Junge was soll das ich bin so ne Gammelmap ich wollte doch Dennis den Tester ruderschubsen ja Spielverderber Junge wie zockt das jedes mal mein Koppel ich lief jetzt tschau kein Bock mehr ja tschüss tschüss so erstmal Schlo Cola ey warte meine Product Placement muss auch mal in Gary Smotts sein ich trinke so ne Gammelmap ich trinke gerade Rockstar Energy und nicht Pepsi und nicht Pepsi Pepsi Max ich trinke Cola meine Wahl ich trinke Cola meine Wahl die machen vielleicht auch nebenbei noch andere Spiele ne deswegen dauert es so lange ne ja das ist doch die vom Worms oder die machen ja ja die machen noch so ein Pinballspiel oder so das werden wir als Let's Play Together nämlich machen ja aber das soll endlich mal rauskommen ich hab voll Bock drauf ich trinke gerade die Apfelscholle meine Wahl ich will es kein Ero machen oder ich will es kein Ero machen oder aber die ist von Goldfit ich will LP Together weil dadurch kann man sehr vier Klicks ziehen und wer dann geht Alter die Schnauze mal wir reden über Apfeltee ja Schnauze 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 ich schaffee ich trinke gerade ja nicht von Stardrink also Stardrink war leider leer deswegen hab ich jetzt Goldfit ey Leute ihr habt alle so scheiß Werbungsverträge hört euch das hier an Duplo ja Duplo die geben gut schon muss man sagen ja und Hannuta die könnt ihr auch mal nehmen die geben bezahlen auch gut ne die bezahlen nur eine Million und das ist nicht so viel wir werden jetzt einfach wir werden jetzt oben links werben ja maxi king ja das geht schon das ist okay also damit kann man noch leben mit zehn millionen also das geht schon ich habe eine huge die ganze zahlen wie unterhalter was sagt ja bringe jetzt bezahlen richtig bombe also freunde alle drei mal hätten 1000 boxen oder was weiß ich was das ist keine ahnung was bringen ich kann ich bin jetzt gar nicht hoffen die spaß freunde auf jeden verkaufen und können auch durch auf verknopperst ich weiß nicht was es ist aber ich habe gesagt es soll gut sein und ich bin ja also ich bin 30 millionen und das ist ein jahrelang mit jahrelang geholfen m ko so feier mach was du bist die das kriegt bilden bgb geld geld dafür also kaufsiegel ist hat sich verkrochen ich bin ja nicht als ob du nicht hey die map ist übelst geil ich hab hier keine bachse er hat er weiter ich bin in einer anderen welt glaube ich in welcher map spielten ihr grad in irgendeinem gebäude aber ich komme hier nicht raus hey seid ihr genauso da ja jetzt kommen wir beide nicht raus glaube ich hey ich auch als ob die so schwer da angestellt ist bei mir ist das voll komisch irgendwie bei meiner tab sehe ich nur remko ich bin direkt beim ersten mal rausgesprungen hey ich sehe bei meinem tab nur remko was ist das wenn man wenn man tabs ist sehe ich nur remko ich sehe euch alle hier hast du einen bug ja ich habe echt einen bug jetzt sehe ich euch ach ich muss euch einmal getroffen haben wahrscheinlich oder irgendwie sowas ne musst du eigentlich gar nicht ja jetzt geht's wo sind denn alle hier hier liegt ein chineser hm chineser ja was denn das für eine komplett gammel map jetzt war ohne witz die ist voll geil die ist voll verarscht man weiß gar nicht wo man ist ich nehm ich nehm ich nehm hey die map ist saugeil halt zum maul alter den scheiß ist die geil obwohl minecraft b5 ist aber auch geil nein nix worte die map ist echt geil hm du weißt doch nicht wo du hingehen willst das macht rtv ich bin schon tot ja das ist auch das geile daran in ttt komm denn Alkan schieß gegen das fass jetzt mach hey wer ist das da ist ein chineser dennis schießt feier schießt gegen das fass da feier ist et komm jetzt her ups ich hab mich selber gekillt mach das rock to world feier macht rtv ah nee ich spiel jetzt gar nicht Minecraft geile du 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 hörste das radio du 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 so leute was ich vorschlagen wollte ja du wolltest du Tee warst ne du kleines Arschloch ne 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 ich hab echt keinen bock hier das mal auf McDonalds da gibt's keine Waffen da gibt's keine Waffen da gibt's keine Waffen da gibt's keine Waffen oder wir spielen die family game ne das war ein Island obwohl für mich ja da gibt's doch nicht zu ja was für McDonalds die ist voll scheiße die ist geil die Lüge geht um den Markt und jetzt hat es genau zu arbeiten ich will was sagen und zwar werden wir jetzt oben auf wo das komische ist werden wir jetzt eine Abstimmung machen denn nun ist ihr müsst wurden wollt ihr denn das Gaming TV zurück naja schreibt alle Worte denn es geht nicht dies kommen Video ja so wieder mit dem Ziel dabei wir von einem Stil nachher wissen dich nicht wenn wir in der Zeit wir haben ein Ding sein feinem Hashtag lieben denn es dankeschön Hashtag denn es kamen so darf ich auch mal meine Meinung raushauen verpiss dich ne du du doch nicht du Bastard du kannst dich verpissen du kannst dich verpissen wirst du wenn Dennis Gaming TV wieder kommt kannst du dich verpissen was für ein Loser wenn Dennis Gaming TV kommt dann haben wir wieder genug Fälle kannst du dich verpissen was für ein Loser dann kannst du dich einfach dann kannst du verschwinden was für ein Loser dann ist deine Community mit und dann brauchen wir dich nicht mehr du Loser sind sie nicht mehr auf dich angewiesen ja also also ihr könnt mal alle bei mir vorbeikommen wir haben eine Community mit 50.000 Abonnenten wozu brauchen wir dich dann noch also ich gette Klicks nur so los verschwinde du niederer Gestalt bin ich jetzt cool weil ich Klicks hab ne verschwinde ich bin ein Arsch was ist das für ne Map die Map ist sau geil eigentlich ja die ist geil was ist an der Scheiß ich kann mich glaub nicht bewegen die Sveni ist nicht so verwirrend hey ich find die Map echt geil ne also die Grafik von der Map finde ich irgendwie gut ich weiß nicht wieso Ja, die ist doch cool. Hallo, ich vernehm dich! Loll! Ey, ich bin mir jetzt eigentlich schon ernst. Hä, hä? Hahaha! Der ist da schon tot! Remco, Remco, wir spielen ernst, ja. Ja, okay, ja. Ja, sauber, Remco. Du hast das Prinzip vom Ernstspielen verstanden. Remco ist T, weil der hat gefragt, ob wir ernst spielen. Wo ist Remco? Nee, der ist innocent. Der ist doch schon tot. Ja, eben, Fabi war bei Remco in der Nähe und stand die ganze Zeit vor der Tür und hatte... Der ist lebendig verbrannt. Ja, Fabi! Fabi! Fabi stand die ganze Zeit vor der Tür, ich hab' mich beobachtet. Geht einfach alle von mir weg, dann ist gut. Fabi ist T. Ihr feiert wahrscheinlich T. Ja, eben, Fabi! Oder Dennis? Geht einfach alle von mir weg, Remco. Ja, komm, Dennis, schieß! Dennis, schmeiß die Grover, komm! Wer zu mir läuft, der wird abgeknallt, einfach so. Ich sag' nicht. Ja, Dennis, guck mal, der kommt schon so nah. Der ist safe. Gibt's hier irgendwo ne Traitor-Falle? Mach' mich rein! Was für Traitor-Falle? Keine Ahnung, was ist das? Das kannst nur du auslösen, weil du Tee bist. Joll! Was? Fabi ist es unterbrochen. Er stand die ganze Zeit, guck mal, er stand hier so. Hat sich nicht bewegt. Hä? Feiert sich teleportiert. Guck dir das mal an! Feiert sich teleportiert. Hier! Genau, die Tür ging nicht auf. Hacker, Feier ist hack. Guck dir das doch mal an, die gehen nicht auf! Die gehen alle auf. Guck mal, da ist Fabi auf dem Schild, Joker. Krieg mal die Tür hier auf, guck! Die gehen hier auf! Ja, ja, komischerweise kriegst du die Tür nicht auf und drinnen, da liegt Tremco tot. Das ist ein Traitor-Raum. Jürgen, ich hab' auch mal lang gebraucht. Guck Fabi was hier! Remco, warum hast du grad gel... Ja, weil du dich teleportiert hast. Ja, ich hab' sogar gesagt, hat er sich teleportiert. Ja, ich hab' sogar gesagt, hat er sich teleportiert. Warte ich mir auch schon, Alter. Und der hat mich am Anfang an ungebracht. Ich war grad afghan, hat er mich auch mal irgendwie grenatet oder irgendwas. Ja, aber ich hab's halt wie gesagt nicht gesehen, Remco, dass er auch sich teleportet hat, deswegen konnte ich nicht sagen. Ja, ja, aber ne, weil die alles zu lange gebaut waren, weil Dennis ja eigentlich schon richtig ist. Ja, aber zählt das jetzt als RDM? Ja, das wär' aber RDM-Gefäß, wenn er sich einfach umgebracht hätte. Ja, aber wir müssen erst mal richtig sicher sein. Ja, aber wir müssen erst mal richtig sicher sein. Ja, schaut mal, hier ist Fabi auf dem Schild. Ja, war ja auch. Ey, und ich hab nur gefragt, ob wir schon ernst spielen, also ob ich die Schnauze halten würde oder nicht. Remco, wo bist du? Komm mal her zu mir. Ah, hier hinter mir. Ah, so, okay. Hier ist Fabi auf dem Schild, schaut mal, hier ist Fire. Ey, Joker, hast du mir eigentlich das Bild von McDonalds geschaut? Lol, feiert schon. Fabi hat auf mich geschossen. Was hab ich gemacht? Hast du mir das Bild von McDonalds eigentlich geschickt? Fabi hat auf mich geschossen. Ja, denk schon, oder? Warte. Das war nicht von McDonalds, das war von Burger King. Fabi hat auf mich geschossen. Ja, mein ich doch, warte. Fabi hat auf mich geschossen, Fabis Tee. Ja, okay, er schießt mich, komm. Kannst du auch einfach zurückschießen. Ja, wo ist er? Fabi hat gemeint, er hat auf mich geschossen, ich hab nur 29. Ist er denn nun? Wo ist der Fetty? Ich erschieße dich. Was denn? Wer ist wohl Tee, wer glaubt dir ist Tee? Fabi. Ach, sicher? Ne, guck mal, Alkan kommt so, kommt schon so dreckig an. Er hat auf mich geschossen. Ja, Alkan zielt schon so dreckig. Guck mal, was macht der überhaupt da? Weil du mich beleidigst hast. Wo ist der Fetty? Der will doch das McDonalds-Bild da aufm. Ach so, ich dachte, der ist ganz einfach in einen Traitor-Shop. Genau, so richtig auch, weil ich finde immer so einen Traitor-Shop. Wo stelle ich das? Ach. Und auch so mal hat Fire schon jemanden angeschossen. Ja, aber Fire ist ja bekannt zu IMDM von daher. Ja, aber er hat auf mich geschossen, also ist er Tee. Ja, okay, dann schieß mich ab, finde mich erst mal. Hier findest du mich nie. Ja, guck mal, Baby-Launcher. Dennis war sogar echt Tee-Fire-Form, wo wusstest du das? Ja, keine Ahnung, hab ihn bei Warmung abgefallen. Ey, Joker, guck mal her. Wohin? Ich probier das nicht. Ah, ich glaub gar nicht, ich hab ihn gekriegt. ARDM, ARDM. Hey, Remco, machst du das? ARDM. Oh, nee, das war Dennis. Hey, Remco, bleib hier stehen und bewegt sich nicht, er ist im Traitor-Shop. ARDM. Was für ARDM? Guck mal, er bewegt sich nicht. Wär's ge- ARDM. Hä, wer wurde schon umgebracht? Remco. Oh, was ist das für ein Random? Ja, das ist echt. Das war Feuer. Ich hab's noch, ich hab'n Hack an. Er hat sich nicht bewegt, er war's voll und frei. Ey, das war ja der größte Random-Ever. Das war komplette ArdM. Das war einfach komplett. Was ist daran, was ist daran, ne Richtfertigung, Feuer? Nur weil er T ist, ist trotzdem Radien. Wo, hast du denn gewusst, dass ich Tee im Falle? Ja, ich hab'n Hack. Ich hab's gewusst. Ey, wahrscheinlich hat er wirklich ein Hack. Nur selbst wenn du ein Hack hättest, wär's doch trotzdem unfair. Ja, das ist ja auch ADM. Ist einfach so. Wahrscheinlich hat er sogar wirklich ein Hack. Ach so, du hast gehackt. Ja, dann ist das natürlich nicht fair. Leute, wisst ihr was? Wahrscheinlich hat er wirklich ein Hack, weil der hat auch vorhin auf Dennis geschossen. Oh mein Gott, Granaten. Ich werf Granaten nicht wundern. Weil der hat doch vorne auch auf Dennis einfach so. Warum kann ich das jetzt nicht öffnen, das Bild? Oh, Granate! Welches Bild? Ach so, Smog! Kannst du das immer noch nicht sprayen, oder wie? Ich kann's irgendwie nicht auswählen, wieso? Uiuiui. Feierstil. Da drinnen raucht's wegen mir. Joker, keine Ahnung, warum das bei dir nicht funktioniert. Immer wenn hier was explodiert, schreit immer rein und rum, so. Hä? Da haben wir eine riesige Bombe in den Ei geschmeißt, ja. Ich hab irgendwie das Gefühl, der dreckige Dan. Aha, bist du hier sicher? Weißt du, bis jetzt war ich's, Fabi, okay, Joker oder er? Die waren's noch gar nicht. Das ist keine Gedächtung. Ja, aber das ist doch kein Grund. Ich weiß, es ist noch kein, aber es ist meine Meinung. Vielleicht ist es ja Remco nochmal und es passiert hier einfach die ganze Zeit nix, weil Remco halt T ist oder so. Oder Feier. Es ist Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit gibt's hier nicht in TTT. Halt die Schnauze. Wen darf ich freiwillig erschießen? Einfach so. Fabi, da bist du. Junge, wie willst du noch ADM'n? Das reicht doch schon. Wen noch? Geh auf. Okay, geht's. Junge, feier du fettes Schwein, Alter. Feier als Tee. Fabi, Tee hat geschossen. Junge, du bist fett, sagt nicht ADM'n. Fabi hat auch... Fabi hat auch... So. Bastard. Joke hast Tee. Jetzt wird Joker am Mordel. Nein, Joker. Ja. So Freunde, jetzt geht's aber ab. Es ist sogar einfach wirklich Joker. So, dann komm was schon wieder ab. Ja. Toll, feier du fettes Schwein, Alter. ADM, Bastard, Mann. In der nächsten Runde bringt ihr was. Ey, ich wusste, dass du... In der nächsten Runde... Ja, feier du... Ja, warum schießt du einfach Leute an? Du bist jetzt zweimal exekutiert, Mann. Das reicht. In der nächsten Runde bring ich... In der nächsten Runde bring ich Feier erstmal um. Ja, und nächste Runde wird der von mir umgebracht. Weil er mich nur angeschossen hat. Nö, warum? Ich hab dich angeschossen, meine Tee warst. Ich hab nicht mal was gemacht, du fette Schwein. Ebenfalls, wie konntest du rausnehmen, dass er es war? Weil ich nen Hack hab, Joff noch. Der hat vielleicht wirklich, glaub ich, nen Hack. Der hat grad Tennis einmal angeschossen, wo er Tee war einfach so... Das ist keine Rechtfertigung. Das ist keine Rechtfertigung. Das ist keine Rechtfertigung. Hier ist Feier. Töte ihn, Remco. Ist der Maus oder was? Ja, da ist er drin. Warte, vorher müssen wir noch was ganz, was ganz wichtiges machen, Joker. Ich töte Fabi. Hä, warum geht das nicht? Toll. Warum geht das rein, Remco? Warte. Was soll das? Ja, Dennis ist... Dennis ist... Dennis ist... Dennis ist... Dennis ist hochgefreit. Dennis ist hochgefreit. Dennis ist hochgefreit. Ha, ha, ha. Los, Dennis Allよねz... Hey Du darfst dann... Dann töte du Dennis. Dennis. Dann töte mich, wenn er denk ich bin Tee. Dennis, denn es... Dennis war der... Felix Stinn aus... Dennis... Dennis, ich bin 10 K Member, wenn ich denk ich bin töd. Dennis beende. Dennis ist sowieso. Ja, beende von ist los. Der nächste Alkan ist es. Ha. Was tut Joker. Genau. Der Alkan ist es nicht. Siehst du Joker, du warst. Loser! Ey, wie geht's dir dennis? Geht's dir gut? Oh mein Gott. Ich hab' gut, du bist... Raider, deshalb... Ausdecknetz. Ach du, ich sag dir, wann er kommt, oh mein Gott. Ach du. Weil vom Reden sei ich schon böse schon, Tobi frei. Ja, ich war... ... dass du dich so spielst. Eintracht in Demo, wo ich schieße. Okay. Okay. So, ich glaube jetzt auch noch Feierrandomen. Doch, doch nicht. Nee, Remco. Warum denn es ist die Verwaltung, du warst. Und Remco, du musst mich töten, nicht. Eintracht. Nein, du darfst überhaupt nichts machen. Du musst nur, du hast mich einfach umgebracht. Ja, du hast mich einfach umgebracht. Obwohl, nein, es ist hier, es ist Remco mich umbringen. Ja, ich darf sie auch noch umbringen. Ich weiß nicht, wie es hieß. Zwei Runden exekutieren. Wie ist das? Zwei Runden exekutieren. Wie ist das? Ich glaube, er war so. Weil du einfach nur an. Die bis Granaten zu werfen. Es ist hier zwei Runden exekutieren. Kommissar. Es ist immer noch mit Kei. Ich habe noch Feiern gemacht. Was ist das denn? Wo bist du feier? Ja, für alle. So geht das nicht die Scheiße. Ich bin in Joe Swanson's home. Wieso lecker sind? Ich werfe ein paar Granaten. Sind halt so schwul. Granate. Rot, Granate noch dazu. Ne, wer darf mich jetzt als erstes töten? Remco oder Joker? Ah, es kam direkt auf uns zu. Ja, Remco bringt dich jetzt um und gut ist. Ja, du dann auch. Ne, wir haben doch schon dann zwei Runden exekutiert. Ja, okay, dann darf ich jetzt gleich Dennis töten. Wo ist Feier? Nö, darfst du nicht. Warum solltest du? Wenn du Joe Swansons haust. Wenn du Joe Swansons nicht kennst, dann bist du es selber. Ja, ich weiß auch nicht, wie das Haus aussieht. Hier. Oh mein Gott, bist du behindert, Alter. Du hast noch nie verstanden. Wo bist du denn Joker? Bestimmt. Wenn ich klingle, weißt du, wie oft ich Heimlichkei guck? Ja. Ich kenne die alle vom Aussehen auswenden. Joker, der läuft einfach vorbei. Hier und da, hier. Was ist Pink oder was? Komm mir jetzt. Was für Pink, Alter. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch noch nicht. Hier, Mann. Hier, Kino Alkan. Was für hier? Wo seid ihr denn? Was rachst du nicht? Ey, ich ditte euch gar nicht. Komm mir jetzt. Ja, du warst die ganze Zeit nicht da. Doch, war ich eben schon. Ne, wirst du nicht. Na aus und haut Feier ab. Wo ist Dennis? Wie ist Dennis? Wie ist der hier? Es feiert. Ich hab hier alle Granaten. So Feier. Feier wirklich. Dücken. 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 Ich hab mich angeschossen. Ich war fast tot. Ja, ich hab nur angeschossen. Die haben mich umgebracht. Ja, und wen juckt's? Du hast ihn trotzdem mal ADM während der Traitor-Runde. ADM ist viel schlimmer. Ja, ich hab den töte. Ja, ADM ist auch wenn du ihn grundlos anschießt. Ja, genau. Wie ist das? Random ist, wenn ich... Du lächst du Eigenschweil kann. Äh, der Alex von Kabi hat gerade auf TeamSpeak nicht angeschrieben, ob er mit TTT. Nein. Er muss doch erst mal runterladen. Er muss erst mal... Sag ihm, dass er jetzt schon alles downloaden soll. Jetzt soll ich nur mal reinmoveen? Ja, er kann joinen, aber er muss halt... Ja, nein, sag dir einfach nur, dass er jetzt einfach das downloaden soll. Soll ich nicht mehr reinmoveen? Sagst du. Nein. Ne, braucht man nicht. Junge, kein Bock jetzt. Doch nicht während der Aufnahme. Ach du, ich steh gerade. Ach du, ich steh gerade. Denn es steht gerade. Ja, ich steh gerade, weil ich im TeamSpeak war. Ja, oder weil dem... Ja, toll Remco. Remco ist T. Remco ist T. Wieso war er eigentlich nicht One-Shot? Na, weil du zu dumm bist zum Ziel. Hab ich schon nen scheiß Karma gehabt oder was? Boah, er sagt, erklär mal. Nein, du warst einfach nur zu dumm, um Hedge-Shot zu drücken. Ich hab ihn doch direkt auf'n Kopf geschossen. Ne, du hast unter seinem Kopf geschossen. Ich hab's doch gesehen. ich hab so schnell ich hab's gesehen Remco du hast ihn unter seinen Kopf geschaut da muss man jetzt 2 Meter weiter nach oben schießen oder was du hattest sowohl eine Karma Junge du hast doch du darfst du darfst nicht auf dem Hals schießen glaube ich eine Runde kann ich aber auf dein Kopf hast du gar nicht hast du gar nicht sonst wäre der Tod eine Runde kann ich noch mal dann wird die Aufnahme beendet und dann dürfen wir wieder selber oder so eine scheiß aufnehmen um immer mehr Roboter so klar oder zuviert Schellschock so klar genau mit Alkan und Feier Schellschock den geilen Modi Alkan ist den Rebound-Modi wenn ihr das mit Alkan machen dann bin ich raus ey zuviert ist doch witziger wenn wir so im Team spielen können weil zu dritt ist ungleichmäßig weil zuviert Feierlschung ist ja genau den Fußballmodus den Fußballmodus kennst du den Alkan warum seid ihr zu leise darf ich jemanden können ja kennst du den Fußballmodus ja von Schellschock ja ok der ist lächerlich oder ja der ist lächerlich weil Remcold verliert und nicht verlieren kann genau vor allem die ersten drei Runden so habe ich als Tor gemacht und Joker so ja der Modus ist richtig scheiße ja toll jetzt bin ich T-D-T und dann hat Joker so ein richtig unfaires Tor gemacht und er so ja ich mag den Modus jetzt ja toll ich bin ich bin jetzt T genau ey aber Fein wir können so ein Team spielen wir können so ein Team spielen Feierbeide aus Schellschock zuviert ey wie soll man jetzt haben wieso hast du einfach Leute gekickt ist doch besser als wenn so Joker ey weil Dennis drin ist und auf der einen Seite so Joker wir waren zuviert nur und Alkan ist in der Mitte und dann müssen wir beide auf Alter gehen und ich war Tee äh Alkan weg voll rum Alter also ich finde eigentlich nur dass ihr euch nicht tötet wenn wenn wir halt zuviert sind und auf die fünfte Person warten aber wenn die drin ist dann könnt ihr den könnt ihr euch gegenseitig also Dennis ist neu hier deswegen muss er erstmal runtergeschubst werden im T-Tester was soll ich das toll jetzt bin ich wieder Traitor das muss jeder das muss jeder Junge Feier ich hab's dir doch extra gesagt hör doch auf damit du fette Stück Scheiße Fabi hat auf mich geschossen ja Feier ist runtergesprungen der ist schon tot ist das ein fuck ich sterbe ja auch fast ha 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 ja was soll das Feiermann warum bei ADM's du die ganze Zeit schon wieder Dennis da kann ich dir eigentlich auch gleich tötet ich bin tot ich muss ruhig sein Schnauze er kann ich dir eigentlich auch gleich töten komm Dennis geh rein ja du sollst ja auch ruhig sein dann soll ich die Schnauze aber was soll das mit dem ADM geh rein Schnauze du bist tot oder so von dem Mama 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 das ist das kommst du wollen doch feier es wieder wird wie die exekutiert war war okay also was für die Junge du redigst doch mit mir an man sagt sie ja Krieg haben wir das nur Logik und ist kundig der ist er erst am Strand zu wollen Neumer 1 Fabi ist kindisch und ich suche und man hat mich abreden ich bin kurz mal recht Okay, dann gehen wir jetzt zum T-Jester und wir schubsen Dennis. Warum wollt ihr mich schubsen? Ja, du erstens bist neu entwoten und bist eh so gut wie tot. Ich muss jetzt leiden. Oh Dennis. Wartet, wartet, ich muss mit. Außen ist Alkan E.T. Und Alkan spricht nimmer, Alkan ist T. Ey guck mal, Alkan ist Saved, der ist Avkan, Stürzchen ist einfach. Ja genau, der ist, nein, was machst du so Spaß? Siehste? Als ob Dennis D war und reingeht. Ich hab Dennis zu Recht angeschossen, er war T. Also ich wär dafür, er hat wirklich Eck, der schießt man Team T hat. Dennis war also T, also hab ich noch nicht mehr mein Hack-Klient. Ey guck mal, Fire hat grad, ne was für Fire. Alkan hat grad so gelackt, ich hab's von Slea angeschossen, er war wie trotzdem geschossen. Ja, du bist rückwärts gelaufen. Ey Alkan, du hast grad voll gelackt und ich hab dann so ins Leere geschossen, hab dich trotzdem getroffen, weil du dann so grad da hingegangen bist. Man kann auch rückwärts gelaufen. Ich hab, ich hab ein Go-Home-Block. Ja, also. Junge, Fire, du bist einfach kompletter RDM-er. Ich weiß es. Eigentlich ist es immer der Weiß, der schießt immer die Tiere an. Weißt du, ich hab ein Tier angeschossen. Du bist Go-Home-Block. Junge, das ist trotzdem keine Begründung, du schießt den Random an. Hey. Ohne Grund. Ich frag mich mehr vom Bruder, der ganze Zeit weiß wer Tee ist. Es kommt. Kommt ein Tee-Tester, komm rein Joker. Das frag ich mich mehr. Ja toll, Remco, dem vertraue ich schon mal gar nicht. Wieso? Ich hab ihn doch gefunden. Lores, du, du kannst mich easy holen. Das ist doch nicht so schwer, aber jetzt schnell wieder raus hier. Geh doch rein. Komm, jetzt, warte, wer fängt jetzt an? Wuuuui. Jetzt geht Joker rein. Hä? 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 Ich war eh nur... Hä? Dann warst du das, Alkan. Oder Remco hat es mal ne... Das ist Joker. Ich schwör auf mein Leben. Das ist Joker. Es ist Remco. Alles klar. Ha! Fuck, warum häng ich? Ich häng. Warum häng ich? Leute, ich muss jetzt aber auch raus. Oh, heiß. Was? Joga, ich hab's doch direkt gewusst, deswegen ja. Deswegen wollte ich, dass du dich direkt testest, du. Viel Spaß. Es war richtig geil grad, ciao. Tschüss. Tschüss. Ich laber kurz mal mit Alk. Äh, Fai, wo kamst du eigentlich denn? Ich hab mich gar nicht gesehen. Schau, ey. Ich hab jetzt die ganze Zeit gelaggt, auf einmal war's gut. Oh, dein Mutter kam nicht raus. Du war grad richtig witzig. Guck mal, jetzt leck ich nicht jetzt lecker. Ich hab gewartet, bis ich weiß, wer es ist. Dann waren alle tot. Und dann hab ich einfach gewartet. Ey, ist das Zufall jetzt. Also scheiße, ich hänge, ich hänge. Und dann bin ich runter, hab ich gewartet. Ey, Balkan, das war vorhin wirklich so, dass du gelaggt. Dann hab ich einfach so ins Leere geschaut. Und hab das Schotten dann noch getroffen. Guck mal, schon wieder Golden Block. Guck mal, schon wieder Golden Block. Let's go, Block. Let's go, Trader Tester. Let's go. Wo ist der Golden Block? Lass mal. Jetzt, wo wir zu 14, macht's eh keinen Spaß mehr. Deswegen müssen wir jetzt hier fahren. Kommt, komm rein. Ja, wir spielen noch zu ernst zu viel. Das geht dumm. An sich geht das wirklich? Komm rein. Geh rein. Hast du ihn rein getan? Ja, komm, geh rein. Warum ich? Junge, du bist wieder Tee locker. Geht rein. Wer es findet, hat's gefunden. Also gehst du jetzt. Wer es findet, hat's gefunden. 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 Wer es findet, hat's strive. War es nur Geld. Ka, 1979? Vielleicht in meiner Hölocke- Blöckst Festival hat's immer ein so nur noch immer so wie alt und wieder so wie altkommend ist sie mit der drittlich um den wixer aber der es von den unabhängigen worte ich habe ihn ich habe ihn gar nicht jetzt hat er auch nicht mehr zuerst reingeht jetzt darf ich bestimmen dass er ein jubel geht sowieso nicht rein nachdem auch jetzt geht so gerade so sagt ja komm du bist bestimmt die und zwar ich die jetzt könnt ihr wieder ein woanders reinge ich hab's gefunden es findet gibt nein wer es findet, geht nicht zuerst rein, los geht rein doch wer es findet, geht rein nein, geht rein einer von euch ich war gerade drin, also gehst du jetzt rein ja ne, ich hab ihn gefunden so ja dann kommt Feier Feier soll, ja Wetten, Feier ist schon wieder woanders das heißt der ST ok Alka, nicht geh rein Hi Feier, wie geht's? komm, geh rein wie geht's? geh rein ja geh doch rein, du fühlst vom kleinigen gehen du schießt Alka hat geschossen, alles klar Alka hat geschossen Alka hat nicht gerandomt das ist doch kein random 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 hey Remco, wer ist ein Tee? hier, ich hab nen Screenshot haha, ne echt, ich hab doch auch Joker, du tötet, der weiß doch auch Remco, wer ist ein Tee? ich? hey, nein, ich glaub das ist Joker oder Feier genau, wenn du mich umgebracht hast Spaß wo bist du denn Alka? wo ich bin? ja ähm, beim Tester Lügenlord im Tester oder beim Tester? im Tester Remco, bist du proven? na klar wie soll denn das? warum schießt du? ich bin doch inno ok, das war echt ein bisschen natt also, Alter, du bist so gefragt wieso habt ihr eigentlich jetzt alle umgebracht? ich versteh's nicht ich hab auch keine Ahnung ich musste niemanden umbringen ich wollte eigentlich Joker umbringen, weil dann war Joker auch tot dann schieß ich halt den Tod und dann guckt Joker runter ich dachte, der Joker wollte mich jetzt abknallen, deswegen und deswegen, ja ja, das war aber echt ADM, man also ADM herkommt sofort hey Joker, weißt du was für ne Waffe ich hab? wieso war das ADM? du hast mich random du sagst nix, ich weiß doch nicht wen angeschossen, ich hab nur gesehen, dass du ihn umgebracht hast und dann schießt du mich tot das ist ADM doch ist es, ich hab nicht mal geschossen du hast nicht mal Schaden bekommen wenn du Hilfe haben bei mir an du siehst sie viel aus, dann weiß ich dass du den einfach umgebracht hast das ist für mich kein Grund, mich umzubringen oder Feuer umzubringen hinter denen nichts gemacht ja komm jetzt dahin Junge alter toll, jetzt haben wir das Pfeil wieder umgebracht ja Joker ist was zu ne, jetzt war Sniper siehste doch wieso ich mit ner Sniper das gemacht hab ja war's zu jetzt ja, komm hier ja, wenn Aker noch C ist, dann passt es doch ja, war's wohl, ist er Fogelzfrei ja, war's wohl, ist er Fogelzfrei war's wohl, ist er Fogelzfrei weil ich bin einfach, das war so ein geiler Tweet ich bin sexy ne, ist es leid, oder? tschüss 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 tschüss